Fischer Produkte GmbH, mein Name ist Fabian Fischer. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Fischer, hier spricht Lea Reils von der Sauerleiner Handels AG. Ich möchte gerne einen Artikel mit der Nummer 110 112 zehnmal bestellen. Ja, kleinen Moment, ich schaue mal eben im System, ob er noch vorrätig ist. Ich kann den Artikel gar nicht finden, tut mir leid. Wo haben Sie denn den Artikel her? Den habe ich aus Ihrem Katalog. Dann schauen Sie mal bitte auf der Rückseite des Katalogs nach der Versionsnummer des Katalogs. Ich finde sie unten rechts. Ja, Moment. Ja, hier steht HK05 2016. Ah, okay. Das bedeutet, dass der Hauptkatalog aus dem Jahr 2016 ist. In der Zwischenzeit hat es schon einige andere oder neue Kataloge gegeben und Ihr gewünschter Artikel ist dann wohl nicht mehr vorrätig oder verfügbar. Zudem haben wir im letzten Jahr die Kataloge auch umgestellt. Es gibt nicht mehr den Massenkatalog mit über 700 Seiten für jeden Kunden, sondern jeder Kunde erhält mittlerweile genau die Katalogauszüge, die ihn interessieren. Wir schauen uns dazu Ihre vergangenen Bestellungen in der jeweiligen Produktgruppe an und dann erhalten Sie einen komplett individuellen Katalog, der nur für Sie gültig ist. Ah, wow. Das ist aber toll. Da muss ich ja gar nicht mehr alle Seiten durchgucken, bevor ich die für mich interessanten Produkte finde. Wir sind bei der Sauerländer Handels AG auch mittlerweile auf ein papierloses Büro umgestellt. Deswegen wäre es prima, wenn Sie mir vielleicht den Katalog als PDF-Datei zusenden könnten, wenn das geht? Ja klar, das ist kein Problem. Wenn Sie denn schon auf ein papierloses Büro umgestellt sind, erfolgt denn der Bestellvorgang auch komplett elektronisch bei Ihnen im Haus? Ja, mit vielen Lieferanten haben wir schon einen komplett elektronischen Bestellprozess. Allerdings ist das in diesem Fall hier etwas zu aufwendig. Ich würde lieber per Mail oder per Telefon bei Ihnen bestellen, weil wir ansonsten bei uns in der Abteilung die ganzen Daten aus dem Katalog im Vorfeld manuell eintippen müssten. Von anderen Lieferanten bekommen wir regelmäßig neue Datensätze und die Daten zu den bestellbaren Artikeln spielen wir direkt komplett in unseres Thema ein. Das ist aber für uns auch kein Problem. Sie erhalten von uns parallel zum PDF-Katalog direkt den elektronischen Katalog mit den relevanten Daten. Selbstverständlich erhält der eKatalog genau die Artikel aus dem PDF-Katalog. Wie muss die Datei denn bei Ihnen für den Import aufbereitet sein? Nutzen Sie ein BME-CAD-Format oder ein Excel-Format? Benötigen Sie auch eine bestimmte Version aus der ETIM- oder E-Class-Klassifikation? Okay, das wäre natürlich super. Wir können ein BME-CAD verarbeiten und verwenden immer die aktuellste ETIM-Version. Beachten Sie aber bitte, dass die Kurzbeschreibung bei uns im System nur mit 40 Seiten importiert werden kann. Zudem bräuchten wir alle Bilder hoch aufgelöst, also printfähig. Gut, das ist kein Problem. Ich hinterlege die Anforderungen einfach in Ihrem Kundenkatalogprofil und Sie erhalten dann den PDF-Katalog und die elektronischen Daten zu Ihrem Sortiment mit 45.000 Artikeln in den nächsten vier Stunden. Ah ja, Frau Reitz, im Übrigen, wir haben auch ein Kundenportal. Ich schalte Sie dafür mal frei. Dann können Sie dort das Sortiment selbst bestimmen und Sie sowohl den individuellen Printkatalog als auch den elektronischen Katalog für das E-Procurement zusammenstellen. Unser Babelfisch regelt das dann für Sie. Babelfisch? Ja, der Babelfisch ist blau-grün. Gutartig und wahrscheinlich das meist unterschätzte, was es im gesamten Printuniversum gibt. Er lebt von Produktdatenströmen, die er von Content-Systemen bezieht und schaltet eine Produktdatenstruktur aus, die unabhängig von den gelieferten Strukturen sein kann. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch an Bord augenblicklich auch das anbinden kann, was neben Print noch wichtig ist. XS-Katalog Express zum Erstellen von BME-Card, E-TEM, E-Class und Co. Seien Sie gespannt. Nexoma, Kino Sauerland, Geschäftsführer, Babelfisch 2020, wenn Pimcoa und der Print-Hub BME-Card sprechen, auf dem Jubiläumsprint-Day, jetzt schon vormerken und fest einplanen. Wir sehen uns.